Hi Freunde, damit kommen wir zum geheimen Klombo-Auftrag, Sandhaufen in Klombo-Größe. Ich zeige euch in diesem Clip einmal die Fundorte der Sandhaufen. Den ersten Sandhaufen finden wir hier oberhalb, beziehungsweise links oberhalb von Chonka Speedway zum Fluss hin. Dort begeben wir uns dann einmal erstmal hin. So, dann sehen wir das Ganze hier auch schon aus der Luft. Hier direkt vor uns haben wir den Fluss. Und hier haben wir dann den Sandhaufen. Kurz einmal rüberlaufen. Zack und damit hätten wir eins von drei. Den nächsten finden wir hier rechts von Synapse Station und zwar hier direkt in der Kurve. Haltet euch einfach an der Straße, dann findet ihr das ganz leicht. Wie gesagt, hier an der Straße halten. Zack, dann haben wir hier den Haufen, hier die Straße. Hier kurz einmal rüberlaufen. Zack, damit hätten wir zwei von drei. Und von hier aus bewegen wir uns links von Synapse Station in Richtung Fluss. Ungefähr dort. So, und dann sehen wir das Ganze hier auch schon vor uns. Wieder kurz einmal rüberlaufen. Zack und damit hätten wir drei von drei. Und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.